Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Christoph, geschätzte Mitglieder des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes, sehr geehrte Damen und Herren, 60 Jahre Zivilschutzverband Niederösterreich, das ist nicht nur ein Jubiläum zum Feiern oder ein Anlass, die Vergangenheit Revue passieren zu lassen, sondern auch der richtige Zeitpunkt Danke zu sagen. Der Schutz des Menschen ist vorrangiges Ziel des Zivilschutzes. Mit dem Zivilschutz möchte der Staat seinen Bürgern helfen, Katastrophen und Notsituationen bestmöglich zu bewältigen. Seit den Chemiekatastrophen von Seveso und Popal sowie den Reaktorunfällen von Tschernobyl oder Fukushima wissen wir, dass nicht nur Naturkatastrophen großen Schaden anrichten können. Zivilschutz bedeutet zu wissen, was, wann und wie zu tun ist, wenn das normale Leben aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse aus seinen Bahnen gerät. Ein Beispiel dafür wäre ein sogenannter Blackout. Unser Leben, unser Beruf basiert auf dem Vorhandensein von elektrischen Strom. Licht und Wärme sind für uns alltäglich. Die Bürger fordern daher zu Recht vorbeugende Maßnahmen zur Bewältigung von Notsituationen. Sie hätten sicher kein Verständnis dafür, würde man den Zivilschutz auf den nicht ganz auszuschließenden Fall eines militärischen Konfliktes begrenzen. Der Zivilschutz ist ein Teil des österreichischen Sicherheitssystems. Das dürfen wir nicht vergessen. Darum ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes und natürlich ganz besonders an dich lieber Herr Präsident. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und weiterhin viel Erfolg. Untertitelung des Zivilschutzverbandes Untertitelung des Zivilschutzverbandes